Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal keine Charts, heute keine News. Heute geht es mal wieder um eine Börsenvorstellung. Jetzt geht es wieder los. Es folgt noch ein paar Börsenvorstellungen. Heute ist BingX dran. BingX ist noch eine relativ unbekannte Börse. Ich habe es schon mal kurz auf Instagram vor ein paar Wochen oder Monaten vorgestellt, in Kurzform. Heute endlich mal das Video dazu. Jetzt wird wieder durchgestartet. BingX ist wahrscheinlich vielen von euch noch gar kein so ein Begriff. Also es ist weit verbreitet in Asien. Die launchen jetzt immer mehr in Europa, wollen jetzt immer mehr in Europa aktiv werden. Und ganz ehrlich, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Mir hat die Börse nichts gesagt. Man sieht zwar immer, okay, es werden neue Coins dort gelistet. Da sind sie relativ flott. Sind so, würde ich sagen, auf einer Ebene mit Maxi, mit KuCoin. Das sind eigentlich so die Börsen, wo relativ zeitnah immer die Coins gelauncht werden. Und BingX ist davon eine. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich stelle euch das heute mal vor. Wenn ihr da noch nicht registriert seid, Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach Kryptomano, den Link anklicken bei BingX. Dann kriegt ihr noch irgendwie über 100 Dollar Bonus. Oder könnt ihr euch claimen. Steht hier unten auch nochmal. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn euch die Börse interessiert. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Warum, wieso, weshalb. Gehen wir jetzt nochmal näher drauf ein. Wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. Asiatische Raumbörse, noch relativ unbekannt. Ist man natürlich immer ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten und so. Ist es wirklich was Gutes oder nicht? Weil man kennt halt nur die vertrauten Börsen. Aber ich habe den Ganzen jetzt mal ein bisschen eine Chance gegeben. Auch getestet. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ihr kennt meine Videos. Ich bin immer ein bisschen so aufs Interface scharf und sage so, okay, Interface muss passen. Vom Traden her, ich will einfach schnell Trades aufmachen, auch am Handy. Gibt auch eine App Store App. Es gibt eine Android App. Also seid ihr auch auf jeden Fall unterwegs. Immer dabei. Und die App, muss ich sagen, ist relativ geil. Um das jetzt einfach mal so zu sagen, alles übersichtlich, reagiert sehr flott. Man kann schnell Trades eröffnen, man kann schnell schließen. Also ist wirklich Bombe. Und was man halt hier auch noch hat, sieht man auch gleich auf der ersten Seite. Man kann einerseits Krypto traden, man kann Indizes traden. Also DAX, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei. Was wenige Börsen anbieten, muss man schon sagen. Von den traditionellen Börsen, ich sage jetzt mal Femex, Bybit, Binance und so, findet ihr sowas nicht. Dann gibt es noch Forex, was auch sehr interessant ist. Euro zu Yen und sowas. Also ihr seht, es funktioniert ziemlich vieles hier auf dieser Börse, was mich echt positiv gestimmt hat. Auch wen dieses ganze Forex interessiert oder Indizes, was mich ja auch zum Teil noch interessiert, einfach mal so ein paar Aktienmärkte zu traden. DAX und sowas, Dow Jones, Nasdaq und sowas. Wo wir auch schon des Öfteren mal so Vergleiche gestellt haben. S&P 500, Nasdaq, BTC und sowas. Ist das vielleicht wirklich interessant. Und das finde ich wirklich nice, auch an dieser kompletten Börse. Und nicht nur an der Börse, sondern auch in der App. Man hat wirklich all in one alles in einer App. Beziehungsweise all in one auf einer Plattform. Und das finde ich echt cool. Ihr habt, wie gesagt, einen Haufen Kryptos zur Auswahl. Wie gesagt, vieles wird neu gelauncht da. Ihr könnt ganz normal Futures traden. Wie das Interface aussieht, also wirklich gängig einfach. Ihr habt ganz normal dieses Trading View Interface, sage ich mal, wo ihr ein bisschen rumzeichnen könnt. Ihr habt Indikatoren, die ihr euch einfügen könnt. EMA, also so das Gängigste, sage ich mal, kriegt ihr da auf jeden Fall. Wie ihr einen Trade eröffnet, auch relativ easy. Ihr könnt USDT, BTC, VST, USDT Bonus und sowas. Könnt ihr da alles einsetzen. Long, Short, ganz normal geregelt. Order-Typ, Market Order, Limit Order. Relativ easy. Dann gebt ihr eure Margen ein. Ihr könnt bis zu 125er X Hebel machen. Ganz ehrlich, wer es braucht, kann es gerne machen. Ich bin absolut gar kein Fan davon von 125 X Hebeln. Ihr kennt mich, ich bin eher so zwischen 5 und 10 X, wenn überhaupt dann mal. 20er Hebel. Aber das könnt ihr hier ganz normal einstellen. Also ihr seht hier, könnt ihr auf 10. Weißt du, dann kann man hier auf Komma machen. Man kann sogar auf 1,5. Also das ist sowas wie bei Femex. Könnt ihr das auch mit so 1,5er Hebel. Wer es nutzt, ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber es ist die Möglichkeit, die habt ihr auf jeden Fall. Das finde ich ganz cool. Ihr könnt auch einen Take-Profit einstellen, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt auch einen Stop-Loss einstellen mit 50%. Also könnt aber auch noch ganz normal das selber regeln, wie ihr das haben wollt. Seht ihr die Latest Trades. Also im Endeffekt wirklich gängig und es triggert wirklich schnell. Also das heißt, ihr klickt einfach nur ganz schnell auf Open Contract und schon ist die Order drin. Am Handy, am PC, am Laptop. Je nachdem, wo ihr halt aktiv seid. Und das finde ich wirklich cool. Und ihr kennt mich. Wie gesagt, ich bin da wirklich ein Fan davon. Wenn das ganze Interface passt, es ist leicht übersichtlich. Ihr könnt natürlich auch hier das alles noch ein bisschen verschieben, wie ihr das haben wollt. Also, warte, wo haben wir es denn? Keine Ahnung. So, ihr könnt es größer machen. Was ich jetzt eher ein Fan davon bin, unten dann die Orders. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Da oben seht ihr dann, was er zum Beispiel tradet. BTC, UST. Könnt aber dann auch hier noch. So, wo haben wir es denn? So, na, das funktioniert. So, jetzt. Könnt dann auch aber hier oben noch einstellen, was ihr traden wollt. Also, es ist noch gut untergeordnet. DeFi, NFT, Web3. Was ich halt wirklich einen Vorteil finde. Ihr müsst da nicht noch die Coins suchen. Also, halt namentlich eingeben. Sondern ihr habt das hier wirklich schön spezialisiert. Web3. Dann habt ihr noch die Indizes, wo ihr da raussuchen könnt. Also, die reichen auch vollkommen aus. Also, ich sag mal, Nikkei, Dow und so. Nasdaq, S&P, was wollt ihr mehr? Und DAX noch. Reicht vollkommen aus. Dann habt ihr noch Comedies, Öl, Gold, Silber. Also, Silber. Sorry, für das bisschen Englisch hier. Ist echt nice, muss ich wirklich sagen. Forex, aussuchen. Layer 2, Layer 1. Also, es ist wirklich dafür, dass die Börse noch relativ unbekannt ist, kann das wirklich mal was werden. Und ganz ehrlich, wenn ihr es ausprobieren wollt, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich werte es wahrscheinlich auch. Bin ich noch ein bisschen überlegen. Aber, dass es so meine, wenn nicht sogar Erstbörse, dann irgendwann mal werden könnte. Weil ich hier einfach wirklich überzeugt bin. Also, ganz ehrlich, das funktioniert. Es ist wirklich alles, wirklich super erklärt. Ist noch eine relativ unbekannte Börse, wie gesagt. Aber ich glaube, wenn der Weg, sag ich mal, so weiterläuft. Und da wirklich mehr Rollout auch in den europäischen Markt reinfließt. Kann das wirklich hier eine relativ sehr, sehr große Börse werden. Wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch an die ganze Sache reingegangen. Aber sie bieten halt auch wirklich fair. Wie gesagt, nicht nur Indizes-Aktien. Ihr könnt auch Copy-Trading hier machen. Es sind auch relativ viele, muss ich sagen, hier aktiv. Also, 20 Follower-Listen fast voll mit Copy-Tradern ist schon heavy. Also, und vor allem dann auch nicht alles hier zugekleistert, sondern ihr klickt dann auf den Copy-Trader zum Beispiel drauf. Dann seht ihr auch so die Trading-Daten und sowas. 30 Tage Profit und sowas. Also, es ist wirklich echt gut aufgebaut, muss man wirklich sagen. Feed noch dazu, also Bombe. Also, viel, viel besser aufgebaut als bei vielen anderen Börsen. Deswegen, also, ich kann den, kann es wirklich nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie oft ich sagen soll. Ich bin echt positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe vorher noch nie was irgendwie mit der Börse zu tun gehabt. Klar, man hört es immer mal. Man guckt auf Coin-Market-Cap und sowas nach und schaut. Ja, und wo ist der Coin jetzt gelistet? Ah, BingX sagt mir jetzt gar nichts. Man muss da echt aufpassen. Es gibt auch viele Börsen im asiatischen Raum. Gate.io sagt wahrscheinlich vielen was von euch, wo ich absolut unzufrieden war. Ich habe damals Yoshi da gekauft und es war so ein, ich sage nicht, ja doch, Unfu kann man schon sagen. Es war halt mega kompliziert, wirklich auf Buy zu klicken, dann irgendwas mit Trigger. Und es hat ewig gedauert, bis man wirklich mal seine Yoshi dann gekauft hat und sowas. Und hier funktioniert es halt wirklich top. Also, kann man wirklich nichts sagen. Wirklich alles sehr gut aufgelistet. Ihr kriegt auch alle gängigsten Coins, also auch zum Traden und sowas. Habt ihr wirklich, könnt euch Favoriten setzen. Habe ich mir jetzt einfach mal AVAX, VET und Polka City. Polka City auch noch immer noch so ein Coin, wo ich sage, okay, das ist immer noch so einer meiner Favoriten. Aber das sieht man hier wirklich ganz gut. Es sind auch die kleinen Coins einfach hier gelistet. Jetzt mal abgesehen von AVAX. VET ist auch noch so ein Coin, den ich im Blick behalte. Aber gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, teste das einfach selber aus. Für mich jetzt mittlerweile, sage ich jetzt mal so, von so einer All-in-One-Plattform mindestens auf Platz 2. Also, wenn nicht sogar auf Platz 1 mittlerweile. Vielleicht kann ich da auch mal so ein Ranking erstellen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich positiv davon überrascht, weil es halt einfach Bombe ist. Auch Luna, Coin und sowas. Also ihr seht auch, wie schnell das alles hier vor allem aufgeht, was auch echt wichtig ist. Also ihr klickt drauf, schon ist es offen. Schnell Trade reinsetzen und sowas. Es lädt alles relativ zügig nach. Die Updates, also ich habe die App jetzt ein paar Tage oder ich glaube ein, zwei Wochen jetzt schon gehabt. Funzt alles wirklich Bombe. Also, wie gesagt, schaut gerne vorbei. Testet es aus. Ich kann es euch wirklich nur von Herzen empfehlen. Wie gesagt, Bomben-Website, ihr kriegt alles Gängige. Trotzdem, natürlich Trading View und sowas kann ich euch trotzdem empfehlen. Also, ich würde nicht nur auf solche Charts hier achten. Holt euch zusätzlich noch Trading View, wo ihr dann nochmal das alles ein bisschen abgleichen könnt. Aber trotzdem zum Traden, Indizes, Forex und sowas. Habt ihr hier wirklich eine All-in-One-Plattform. Wenn ihr, wie gesagt, Bock auf Copy Trading habt, schaut einfach da vorbei. Guckt euch das alles mal ganz in Ruhe an. Wenn ihr da wirklich drauf Bock habt, vielleicht, wenn ihr wollt, kann ich das auch mal testen. Also, ich bin ja auch so ein Fan, immer mal so ein paar Sachen zu testen. Wenn ich einfach mal ein paar Copy Trader testen soll, schreibt es einfach unten gerne in die Kommentare. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche Fragen zu der Börse habt, auch gerne unten in die Kommentarspalte reinschreiben. Oder mich privat anschreiben, wie ihr Bock habt. Wäre das auf jeden Fall, wie gesagt, als eins oder zwei sind jetzt so die Top-Plattformen, wo ich jetzt sage, okay, top vom ganzen Ding her, von der App her, von der Händlichkeit, von den neuen Coins, die gelistet werden. Es gibt auch immer wieder neue Anniversary, also keine Ahnung, irgendwelche Aktionen halt, wo ihr mitmachen könnt. Auch ganz cool, da kommt auch immer, immer mehr. Wie gesagt, der Rollout in den europäischen Markt findet jetzt so nach und nach statt. Ich bin da auch mit ein paar Leuten in Kontakt. Kommt auf jeden Fall noch einiges. Es gibt hier auf jeden Fall eine Menge. Ihr könnt natürlich auch hier ein bisschen dann öhren, keine Ahnung. Es gibt echt, echt viel. Schaut es euch an. Krypto könnt ihr natürlich auch direkt darüber beinen. Jetzt einfach mal als Beispiel. Gebt mir einfach mal jetzt hier 200 Dollar ein. Buy Now klicken. Dann werden euch verschiedene Anbieter angezeigt. Könnt ihr dann auch hier sehen, okay, was ist am billigsten. Moonpay zum Beispiel. Also je nachdem, was ihr halt verwendet, SEPA. Ansonsten, was soll ich noch sagen? Telegram vorbeischauen. Twitter, Facebook. Was weiß ich. Alles, wo ihr wollt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, ich kann es euch nur herzlich empfehlen. Ich bin zufrieden. Werd es jetzt auch immer, immer mehr wahrscheinlich auch verwenden. Werd es noch ein bisschen ausgiebiger testen. Auch mit noch mehr Trades. Aber gut. Bin vollkommen zufrieden. War positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe die Börse vorher nur mal so nebenbei gehört. Aber ja, okay, ich teste es jetzt einfach mal. Und es ist rausgekommen. Ich habe mich, glaube ich, einigermaßen in diese Börse verliebt. Weil ich echt positiv überrascht bin. Aber gut. Ich habe jetzt oft genug darüber gequatscht. Wenn ihr Bock habt. Schaut unten in der Videobeschreibung. Da ist der Link zu BingX. Kriegt ihr noch einen Bonus. Wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Kryptomanu einfach. Würde mich drüber freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt. Schreibt gerne unten in die Kommentare. Schreibt mich persönlich an. Hoffe euch hat das Video gefallen. Auch wenn es echt viele Lobpreisungen waren. Aber ganz ehrlich. Ich war echt sowas von überrascht darüber. Ich hätte selber nicht gedacht. Weil ich habe jetzt schon so viele Börsen getestet. Und immer irgendwas zu bemängeln gehabt. Dann die Apps waren nicht so geil. Oder das Interface. Und das hat nicht gepasst. Aber hier bin ich vollkommen zufrieden. Gebe hier auf jeden Fall eine 10 von 10. Könnten wir hier auch mal einführen. So ein bisschen Bewertungen. Also 10 von 10 auf jeden Fall für BingX. Ist schwer da ranzukommen. Bin ich ehrlich. Aber gut. Vielleicht kommen bei den nächsten Börsenvorstellungen. Noch ein bisschen mehr. Wo ich vielleicht überrascht bin. Aber gut. Seid gespannt. Freut euch drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt. Link unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Und ich hoffe es hat euch natürlich gefallen. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Wenn ihr mehr davon wissen wollt. Wir hören uns wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto.